Joschka, hallo! Moin Dennis. Heute sitzen wir in einem ganz kleinen Auto. In einem besonders kleinen Auto, ja. Also wir sitzen in einem G500 4x4². Also eigentlich Endstufe. 4x4² klingt nach Mathe. Ich glaube, das ist eigentlich nur dafür da, dass man sofort hört, wie brachial das Auto ist. Dann fahr doch mal los. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, was wir heute so machen können mit dem Auto. Ist so ein bisschen wie Bus fahren. Oh, guck mal, da ist sogar der kleine Bruder. Wir sehen schon, wir sitzen wesentlich höher als der da neben uns. Obwohl er auch ziemlich cool aussieht. So, wir waren ja gestern schon mal so ein bisschen Schweinereien machen in der Sandkohle. Und was wir da genau erlebt haben, zeigen wir jetzt mal. Genau. Daumen hoch! Jetzt an Ballet her. Ich bin ja jetzterei. Ich finde so ein Auto ist erst dann cool, wenn es richtig geil klingt und das probieren wir jetzt mal aus. Gib Gas! Da geht noch mehr. So, Hammer Aufnahmen und jetzt machen wir mal eine gepflegte Fahrt durch die Stadt. Ich bin ja gespannt, ob die Leute gucken, ob die sowas kennen, weil so oft sieht man es ja nicht auf der Straße. Ne, das ist schon eigentlich ein Highlight. Aber wenn wir jetzt hier durch die Stadt fahren, das ist ja ein bisschen enger hier, was für eine Breite hat dieses Auto? Also ist klar, ich komme jetzt nicht in die normale Tiefkarte und da mit rein. Genau, also von der Höhe her auf jeden Fall schon mal gar nicht. Und von der Breite? Die Breite liegt bei 2,10 Meter, also es ist schon breit, aber es ist, wie gesagt, wir sehen ja, dass wir noch relativ human fahren können und das eigentlich, wir hier drin merken wir es gar nicht. Wie gesagt, Parkhaus solltest du auf jeden Fall meiden, weil wir haben eine ziemlich hohe Höhe von 2,25 Meter. Kommt da der Nachfolger oder ist es einfach nur so von Mercedes, das bauen wir jetzt mal, weil es ein Projekt ist und dann ist es wieder vorbei? Also es kommt eine neue G-Klasse, aber es ist noch nicht bekannt, ob dieser 4x4 hoch 2 auch als neue Modell gepflegte Version wieder auf den Markt kommt. Also deswegen ist das natürlich schon eine Besonderheit, wenn wir dieses Auto noch mal fahren können. Ja. So, jetzt sind wir wieder auf dem Hof und das war's. Ich bedanke mich, dass du mir dieses tolle Auto G 500 4x4 hoch 2 gezeigt hast. Bei mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das war mein Fest, vor allen Dingen unsere Tour in die Sandpule fand ich auch sehr, sehr geil. Ja, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Dann würde ich sagen, Joschka, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.